Servus, Leute, ihr könnt euch wieder und heute ich bin wieder ein bisschen mehr leiter. Ach, guten Morgen. Muss ich den Zinsschlüssel noch anmachen, oder was? Ich brauche kein Radar. Ich brauche einen Zinsschlüssel. Ah, Leute, man kann... Wo sollen wir hin? Ich kann nicht mehr... Geht doch. Hallo, meine Damen und Herren. Also, nur vorne. Bitte. Guten Abend. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Welche denn? Dauertag und Nacht, okay. Studentanzahl 1. Das ist echt nicht mein Wetter. Ja. Leute, das geht so los. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Für eine Stunde. Standort. Einzel. 2,80. Kriegen wir wieder zurück. So. Zack. Zack. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Äh. Nein. So. Meine Damen und Herren. Klar. Hier. Bitte. Danke. Klar. Danke. Klar. Danke. So, meine Damen und Herren. Oh, alter, heul nicht rum. Das ist doch gerade geil im Dunkeln. Ich mach gleich das Licht an, okay? Aber mir vorne mach ich kein Licht an, sonst krieg ich den Hals. Ja, ist aus. Wir müssen Strom sparen. Ja, also, ich bin schon im Minus von 10.000 und das war in der ersten Folge, ne? Obwohl ich allen wirklich abgeliefert hab. Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich echt nicht nachvollziehen. So. Ah. Es ist ganz schön dunkel hier. Können Sie mal das Licht anmachen? Danke. Hallöchen. Tschüss. Tschüss. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Nein, dann raus. Oh, ich sehe aber nicht als die Senior. Tag. Senior. 1. Ach, okay, hat man nicht. Fernlichten. Das ist überbewertet, aber wenn man es trotzdem... Ja. Nee. Das machen wir nicht an. Hallo, meine Damen und Herren. Danke Ihnen. Hallo. Augenblick. Da. Hier, bitte. Danke Ihnen. Hallo. Danke Ihnen. Danke Ihnen. So, ne, ich stopp. Haltestelle. Ich hab irgendwie das Gefühl, ihr hört die Typen kaum. Ah, lenkt noch gut ein. Warum? Ich mach hier nur Minus. Ja, ich mach gleich die Person mal, Leute. Jetzt fliegen wir hier links ab. Ich hab schon Rückspiel geschaut. Das war ein Witz, ne? Ach, hier will doch gar keiner einsteigen. Ach, ich hab nicht jetzt nicht so eine Zeit her. Nächster Halt. Astra Promenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ach, endlich Feierabend. Nächster Halt. Astra Promenade. Endstation. Bitte alle aussteigen. Abmarsch. Will mein Feierabend bürschen. Nächster Halt. Ey. Ne. Sehen Sie das waren? Sie kriegen einen kleinen Händel auf den Dötz. Ne, aber dafür kommen wir einfach noch Steilkirche. Darf ich sagen. Ciao. Leute.